Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute backe ich so eine Torte, Spaghetti Torte und backe ich diese Torte mit eingefrorenen Kirschen, weil jetzt zum Beispiel die Erdbeeren, die sind wirklich sehr sehr teuer und wir haben so viele Beeren selber eingefroren und ich habe gedacht, mache ich es mit den gefrorenen Kirschen aus unserer Garten und so ist das jetzt der Ergebnis. Liebe Freunde, ich kann euch jetzt nicht zeigen den Schnitt, weil dieser Kuchen ist ein Milchprinsel und das müssen wir ziemlich lange fahren und ich will diese Stücke nicht rausschneiden, sonst dann die Stabilisierung von dem Kuchen wird kaputt, dass er mir dann nicht auseinanderläuft. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, wie wird dieser Kuchen gebacken, eigentlich gar nicht so kompliziert, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Und solche Kuchen wirklich, der Teig ist so luftig und flüssig, Creme ist auch sehr lecker und Füllen kann man egal welche machen, wenn ihr es egal macht, macht ihr es mit dem Pfirschen oder Aprikosen, vielleicht sogar eingekochten aus dem Glas kann man auch nehmen. So liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Für diese Torte erstmal bereiten wir Belack, weil er muss auch ein bisschen abkühlen. So, ich habe die über Nacht auf den Sieb gegeben und abtropfen lassen. Und jetzt mache ich mit denen so ein Belack. Ich koche erstmal so einen Tortenguss, sozusagen für die rote Beeren, das ist für die Erdbeeren. Und koche ich ihn mit den 50ml MyQuitten-Sirup und 150ml habe ich dann Wasser dazu gegeben und gebe noch 1 Esslöffel Zitronensaft. 2 Drittel gebe ich jetzt in den Topfchen und stelle zum Aufkochen und den kleinen Rest lasse ich erstmal in den Becher. Gebe ich dazu den Tortenguss. Kann man eigentlich einfach mit der Speisestärke oder mit Kartoffelnmehl das machen. Wenn ihr wollt, nicht auf die Tüte greifen. Es ist alles wirklich möglich. Und dazu vielleicht nehmen wir nicht so einen hellen Sirup, sondern Erdbeersirup oder Kirschsirup. Aber ich habe jetzt angefangen mit Quittensirup, deswegen möchtet man gerne erstmal eine Flasche leer machen, bevor man viele andere aufmachen. Und wenn der Tortenguss aufgekocht ist, dann kommen die Beeren rein. Wie ihr habt gemerkt, ich habe keinen Zucker dazu gegeben, weil Sirup ist schon süß und deswegen mache ich auch keinen Zucker. Wenn ihr nehmt ihr irgendwelche, zum Beispiel Sauerkirschsaft, da könnt ihr vielleicht 1 Esslöffel Zucker nehmen. Oder wenn ihr mit Wasser nur kocht, dann kocht ihr einfach nach der Verpackungsanleitung. Nur nehmt ihr nicht 250ml Flüssigkeit, sondern nur 200ml. So, gesagt, kocht. So, Tortenguss wird jetzt abgekocht. Jetzt können wir die Beeren dazu geben. Schön vorsichtig. Gut unterrühren und wirklich ganz kurz aufkochen, dass die Tortenguss sozusagen in die Kirsche rein dreht. Da können wir schon unsere Herd ausmachen. Und beim Abkühlen, es zieht noch ein bisschen nach. Bevor wir Teig anfangen zu machen, könnt ihr schon den Backofen auf 180 Grad Umluft zum Vorheizen anmachen. So, ich nehme 3 Eier und werde 1 Riesel den Zucker, Vanillenzucker, und die Prise Salz kann ich gleich zu den Eiern geben. Beim Aufschlagen der Eier werden wir noch dazugießen. 3 Esslöffel fast heißes Wasser. Auf jeden Fall soll es richtig warm sein. So, ich habe fast 3 Minuten jetzt aufgeschlagen. Schaut ihr, wie schön hell und cremig und richtig luftig ist. Der Zucker hat sich aufgelöst, nichts zu sehen von dem Zucker. Und jetzt sieben wir Mehl, Speisestärke und Backpulver. Einen gestrichenen Teelöffel. Vermischen und sieben erstmal nur die Hälfte. Heben wir das runter. Und dann geben wir noch eine Hälfte. Es ist besser auf zwei Teile aufteilen. Dann habt ihr nicht diese große Klumpfe im Teig. Und dann die restlichen Teig. Immer von unten nach oben. Alles so gut verrühren, dass wir keine trockenen Zutaten mehr in den Teig haben. So, schaut ihr. So soll der Teig sein. Schön glatt. Und jetzt nehmen wir Form. Die Form habe ich angefettet. Nimmt auch Butter, Öl oder Stimmbackdrehenmittel. Und füllen wir unseren Teig in die Form. Eventuell kann man auch mit Backpapier belegen. So, ganz kurz an den Tisch stoßen. Schaut, unser Teig ist schon so luftig, er lässt schon ein bisschen. Und werden wir jetzt backen, so ungefähr 20-25 Minuten. Schaut, liebe Freunde, nach Art eurer Ofens. Am besten, wenn ihr das Stäbchen-Test macht. So, nach 20 Minuten hole ich meinen Kuchen schon raus. Und schaut, wenn wir das reinstechen, alles perfekt. Deswegen, liebe Freunde, schaut nach Art eurer Ofen. Vielleicht 3-15 Minuten. Lösen wir aus dem Form, schieben wir auf den Gitter und lassen wir in Ruhe richtig abkühlen. Weil auf so einen heißen Kuchen können wir keinen Belag oder Sahne drauf machen. Erstmal alles richtig abkühlen. Und unser Obst, wenn ihr so macht wie ich, wenn ihr frisches Obst nehmt, müsst ihr das nicht kochen mit dem Tortenguss. Nur wenn ihr gefrorene Obst nehmt. Immer wieder umrühren, dass er auch richtig schön abkühlt. So, nach ein paar Minuten können wir schon unseren Kuchen rausnehmen. Bisschen heiß. Ganz vorsichtig am Rand gehen. So. Und ich habe jetzt kein Papier genommen. Jetzt muss ich ganz vorsichtig meinen Kuchen mit so einer Backpalette auf dem Gitter rüber tragen. Wenn ihr Papier genommen habt, dann einfach zieht ihr mit Papier rüber. Ich gebe erstmal auf die Gitter rüber und dann später gebe ich dann auf meine Tortenblatt. Weil jetzt ist noch heiß. So, bis das unser Kuchen jetzt komplett abkühlt, ist wirklich jetzt leichter warm. Dann können wir schon die Creme vorbereiten. Die Creme wird bestehen aus Sahne. Da habe ich drei Becher Sahne genommen. Ein kleines Päckchen 250 Gramm Quark. Magerquark in meinem Fall. Und dann brauchen wir noch zwei Päckchen Paradies-Creme. Ich habe jetzt Vanille-Geschmack genommen. Und bereiten wir eigentlich nach Verpackungsanleitung. Statt sozusagen Milch nehmen wir Sahne, weil wir brauchen eine festere Creme, dass wir es wirklich wie Spaghetti auf den Kuchen drauf machen können. So, zu der Sahne geben wir jetzt Paradies-Creme und schlagen wir es dass es auf, die schön fest wird. So, ich habe ungefähr zwei, zweieinhalb Minuten abgeschlagen. Schaut, wie schön glatt er ist. Das ist auch wichtig, wie wir bei Sahneschlagen das machen, so ist das auch jetzt bei dieser Creme. Jetzt geben wir noch dazu Quark und unterrühren nehmen. Einfach auf die langsame Stufe unterrühren. So, müssen wir nicht kleiner rühren. Es ist richtig schöne, feste Creme geworden. Was will ich? Buttercreme probieren. Mh, köstlich. Wirklich sehr, sehr lecker. Schöner Vanille-Geschmack. Und nicht süß. So schaut. Fast wie eine Buttercreme geworden. Jetzt nehme ich die Tortenplatte. Ich mache gleich auf diese Transportplatte, weil der Kuchen muss noch transportiert und mindestens vier Stunden. Deswegen ist mir sicher, gleich in so ein Box das transportieren. Und jetzt kann man auch gleich Ring drauf machen, dass wir diese Schichten haben. So, ich habe jetzt ein Ring drauf gemacht und geben wir ganz unten so eine dünne Schicht Creme. Dass wenn wir dann die Beeren, wenn ihr zum Beispiel frische Beeren drauf macht, dann nicht gleich der ganze Saft in den Teig reingeht. Der Teig ist wirklich so flüssig. Schaut, er ist richtig weich. Es muss auch nicht unbedingt richtig schön perfekt glatt sein. Und dann geben wir jetzt unsere Kirsche. So, die Beeren haben wir jetzt auch drauf gemacht und jetzt müssen wir diese typische Spaghetti-Muster machen. Es kann man mit Kartoffelpresse machen oder Spätzlepresse. Das habe ich jetzt nicht. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich meine kleine Spritze nehme und das werde machen, dann werde ich morgen gar nichts fertig. Und deswegen habe ich überlegt, dass ich einfach eine Gefrierbeutel nehme. Fülle einfach in Gefrierbeutel-Creme. Und dann schneide ich einfach ein kleines Loch hier. So, ich glaube ein bisschen zu groß. Naja, werden dann dicke Spaghetti. So, und so machen wir die restliche Creme auch. So, ich habe jetzt an die andere Seite von der Beutel genommen und mit dieser Holzspieße habe ich dann ein Loch gemacht. Und schaut, ihr seht, das ist viel hübscher als mit so einem breiteren Streifen. Aber so schnell kann man das alles auftragen. Erstmal mit den groben und dann mit den feinen oben drauf. Sieht doch perfekt aus. Und oben drauf werden wir jetzt auch ein bisschen so dekorieren. Wie ist das auch bei dem Spaghetti-Eis. Wird auch die Gelee oder Soße gegeben. Und ich habe jetzt genommen die Sauerkirsch-Konfitüre ein bisschen warm gemacht und gebe noch Klicks. Weil ich habe Kirsche genommen, deswegen haben wir auch gleich Kirsche oben drauf. Viel muss auch nicht sein. Sieht doch schön aus, oder? Ja, wenigstens mal selber sie sich loben. So, ich glaube, das reicht schon. So, liebe Freunde, so ist heute meine Kuchentorte geworden. Bin ich zufrieden mit meinem Ergebnis, was ich mir hier so gedacht, wie ich es machen möchte. Und wenn ihr Interesse habt, dann backt ihr das nach und werdet ihr sehen, wie lecker diese Kuchen ist. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Backen, eine schöne Kaffeezeit wünsche ich euch von ganzem Herzen und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr dankbar. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.